Hi, ich bin's, euer Tim. Ich bin jetzt gerade auf der Elektronica 2016 in München, hier bei uns am Konradstand. Das, was Sie neben mir sehen, ist der neue Rankforce RF100 3D-Drucker. Wir haben bei der Entwicklung des Rankforce RF100 ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass er für jeden geeignet ist. Was bedeutet das überhaupt? Wenn ihr den Rankforce RF100 zu Hause auspackt, dann benötigt ihr maximal 5 Minuten, bis ihr ihn in Betrieb nehmen könnt. Im Lieferumfang befindet sich alles Nötige. Das heißt, es befindet sich eine Spule Filament, mehrere Materialproben, aber auch passendes Werkzeug mit im Lieferumfang. Ein besonderes Augenmerk des RF100 ist die einfache Bedienung. Auf der Vorderseite des Druckers habt ihr einen Knopf, mit dem ihr den Drucker vollständig bedienen könnt. Ihr könnt damit direkt Dateien von der SD-Karte auswählen und drucken, aber auch Parameter wie die Temperatur oder den Materialfluss während des Drucks anpassen. Der RF100 ist für 1,75 mm Filament ausgelegt und kann alle gängigen Materialien wie PLA oder PLA Compound oder Gummi verarbeiten. Was ist PLA Compound? Dahinter verstecken sich verschiedene Materialien wie holzähnliche Materialien oder metallähnliche Filamente. Natürlich werden sich viele von euch fragen, was soll ich denn überhaupt ausdrucken? Wir haben uns ein paar Sachen einfallen lassen und ein paar Sachen für euch gezeichnet. Diese sind direkt gesliced auf der SD-Karte. Das heißt, ihr müsst den Drucker zu Hause nur noch auspacken, kalibrieren, Filament einlegen und könnt direkt von der SD-Karte losdrucken. Darunter befindet sich unter anderem eine praktische Batteriehalterung für verschiedene Batteriegrößen, aber auch ein Gehäuse für einen Arduino. Der RF100 verfügt über eine Druckraumgröße von 10 x 10 x 10 cm. Dabei ist das Druckbett nicht beheizt. Das Ganze ist mit Sicherheit kein Nachteil, denn bei Materialien wie PLA ist es völlig ausreichend. Wir haben hier auf der Glasplatte eine spezielle Adhäsionsfolie, auf dem die Materialien auch problemlos haften. Ein weiteres Merkmal des RF100 ist die gute Verarbeitung. Das hier ist kein Kunststoffgehäuse, sondern das gesamte Gehäuse ist aus Metall und lediglich die Seitenplatten sind zusätzlich aus Acryl. Diese lassen sich nachher abmontieren und dafür eine zusätzliche Einhausung montieren. Als Slicing-Software kommt beim RF100 die Open-Source-Software Cura zum Einsatz. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch einen kleinen Einblick in unseren neuen RF100 gewähren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und abonniert unseren YouTube-Kanal. Bis demnächst!